hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge star wars outlaws wir sind zurück stürmisch ich weiß nicht warum es hier so stürmisch ist die bäume sind schon ganz schön heavy unterwegs hier ganze ganze buschwerke sowie wir sind auch ziemlich heavy unterwegs hier okay hier kommt ein raumschiff an daran nicht so gut genau das richtige wir sind so langsam so wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken jetzt aber das ist da drüben was ist das jetzt hier wo sind losendet ihr johs tresor raum schlüssel karte verstecktes pike syndikats okay wir machen erst mal bitte hier war wollen wir die anderen alle hier unten ist noch irgend ist vorhin eingefallen warum wir hier mit dem speeder so schnell sind weil wir weil wir ja aufgerüstet haben so verlorene steppe haben wir denn hier alles so schön das ist der ort an den danker mich geschickt hat wo der kondensator ist hin dafür brauche ich dann wohl die ion mod wie kann ich denn hier das wärs dann ein großer job ich habe fortschritte auf tushar erzielt dies ist die erste von vielen credit zahlungen an sie die sie von dieser operation erwarten können ich möchte diese gelegenheit außerdem nutzen um ihnen erneut dafür zu danken dass sie mein leben verschont haben anders als dass der anderen hutten vollstrecke ich nehme diese chance nicht auf die leichte schulter und werde mich nach kräften bemühen mich zu revanchieren dann nehme ich das hier wohl mal mit file transponder ok ist doch noch nicht alles oder keine kundenfunktion die kühlerin überfalle nix gar nix komik von hier aus jetzt irgendwie weiter nehmen wir sind doch wieder zu dem anderen wo ist jetzt mein moped verschwinden wir hier Jetzt muss ich erst mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Warte mal, wir müssen komplett rüber bis zur nächsten Straße. Was ist denn da los? Ich glaube, er hat den Dings hier. Oh, oh, oh Gott. Was sind denn für welche? Was waren denn denn für welche jetzt hier? Was waren denn das jetzt für welche gewesen hier? Söldner? Hallo? Wieso musste jetzt die kleine Tiffany sterben? Ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Vollding, was war das da? Was war das? 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 Syndikat. Heike Lagerraum. Nur weil wir da lang gefahren sind, haben die uns angegriffen. Ist aber heftig. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Okay, wir haben die Schaft. Das sind viele Leute hier. Unter Gorak zu arbeiten. Natürlich. Ziemlich ruhig heute. Ruhig heute. Hallo? Nix, jetzt kein Mux. Gorak ist gefährlich. Wer sich mit ihm anlebt, hat es nicht anders verdient. Wird'n denn nicht? Wird'n denn nicht? Eta! Eta! Komm ran hier, du Lunden, du! Nix, ich brauche eine Ablenkung. Hey, was ist das denn für ein Tierchen? Verzieh dich! Ich brauche eine Ablenkung nix. Ja, ich sehe dich. Was ist denn? Wird'n denn keiner von euch zählen? Wird'n denn keiner von euch zählen? Wird'n wohl so zählen. Ich könnte ein halbziges Stück mehr gebrauchen. Wird'n könnte ein halbziges Stück mehr gebrauchen. Wird'n? 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 Zeit für eine kleine Show-Anlage. Kein Verstecken mehr! Sie lassen einfach nicht nass! Warte, du! Warte, du! Wir sitzen fest! What the fuck it? Naja, das... Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn diese Pfeifen nicht funktioniert, weil Kollege Schnürschuh da taub ist oder sowas, ja, dann kann ich da... Also, sorry, das beim besten Willen, dann tut's mir leid. Das ist doch scheiße, das ist doch... Das ist doch einfach nur Moix. Das ist doch kacke, das ist doch... Das ist doch kein Scheiße. Dann machen wir's mal auf die harte Tour. Töten oder getötet werden! Töten oder fern! Dann halt so. Okay. Also muss ich sagen, lief das eigentlich jetzt so besser als vorher? Ja. Warte mal, wir können hier mal diesen Granatwerfer hier mitnehmen. Na, wer sagt's denn? Ja. 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 Kriminelle Handlung. Ach, das war die Schlüsselkarte. Und das war hier? Hä, hätten wir da nicht noch weitermedeln mussten? Das ist ein bisschen so eine Wese hier, wa? Hä, war das hier gewesen? Ich dachte, das war hier unten irgendwo. Wo war denn der Bock? Ach hier. Na, er sitzt schon. Warte mal, welche Straße muss ich denn jetzt nehmen? Warte mal, hier ist doch auch noch ein Niederhaler, oder irgendwas. Gucken wir doch mal dahin, da. Was haben wir denn hier? Wir haben gehört bei, was wir hier brauchen können, ey. Hier ist noch ein Speeder. Hier bin ich überhaupt doof, ja. Ach so. Was ist das denn hier? Das ist halt wieder irgendwas. Hat man im Nachhinein erst aufgerichtet? Warte mal, wie war denn hier? Da sind die Pikes. Und wenn das ist. Und mit zwei oder? Oh mein Gott. Oh, wasser auch bei? Da vorne gibt es eine Menge Ärgernix. Aber die Frage ist ja... Ich glaube, das ist hier wieder so eine Rätsel-Dings hier, wo du wieder irgendwas brauchst später. Oh, geht aber steil runter. Oh, geht's. Das kann ich einfach nicht ignorieren. Ich würde den Park jederzeit in Runden vorziehen. Die Bezahlung ist einfach besser. So, dann gucken wir mal, wa? Schießen oder erschossen werden, sage ich. Das sollte ich mir mal ansehen. Genau, komm mal an hier. Das klingt nicht gut. Was? Da oben sind auch noch welche. Ich sehe mal besser nach. Oh, nee, nee, lieber es nicht. Ist ja verrückt. Ist ja verrückt. Das sollten wir uns mal ansehen. Okay. Da ist alles voll. Was geht da vor? Ich frage mich, was der Rest der Bande vorhat. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Dann, Mann, diese Stiefel bringen mich um. Dann, Mann, diese Stiefel bringen mich um. Das sollte ich mir mal ansehen. Okay. Kann man die befreien? Ich hoffe doch. Gut, mal rename dich, Mann, der Soundfest. Guck mal da. Komm mal da bis unten zu sehen. Die Sternschnuppen. Alter. Schön leist. Ich würde die Pikes mehr respektieren, wenn sie mir auch mit Respekt begegnen würden. Was siehst du? Das ist voll. Was denn? Hey! Ich würde die Pikes mehr sehen. das ist das im stein holen wir sie uns nix diesem stein ein bisschen stein mich würde mal interessieren ob man hier irgendwie die befreien kann diese orientations war das denn für ein blitzen ist jemand in der nähe hier drin sind welche jener jedenfalls die sind die quatsch wenn uns keiner sieht schießt auch keiner klingklang du und ich gefälschte id-chips hier war doch gerade irgendwas oder und diese tuch Granaten war auch nicht? Die kommen in unsere Richtung! Schnapp ist dir nichts! Wo denn? Nein, ich hab gerade gedrückt. Das ist... So, ich mach an der Stelle jetzt aber Schluss. Ich renne da jetzt nicht nochmal lang. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wir haben jetzt einen kleinen Ausflug. In der nächsten Folge machen wir wieder irgendwelche Aufgaben. Mal kurz was aufschreiben. Ach, man... Man rennt und macht und tut und am Ende kommt da wieder nur Bullshit bei raus. Das ist schlimm. Er ist einfach schlimm. So, ähm... Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier unten. Da ist aber auch da, wo wir hin müssen. Wir müssen da sowieso hin. Und da ist noch ein Schatz. Okay, dann müssen wir doch nochmal hier lang. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und... Toodoloo.